Zigeunerland Zigeunerland, Zigeunerland Das ist jetzt Zigeunerland Oh 903 und Definitiv werde ich jetzt diese Feste da einnehmen Hör mal, ich wandle wo es mir blieb Wenn du mich daran hindern willst Musst du leider sterben So Wie ein Bird of Prey Wuhuuu Da, verliert ihr nicht schon wieder Hör mal, wenn du meine Mutter beleidigst Dann gibt's Schläge Ja 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 Komische Kleidung Ja 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 Bete für einen schnellen Tod! Die Fresse! Hier! BAM! Nein! Elendigen! Wir sterben! Dank der Wichser! Was denken die, wer die sind? Cool! Cooler Dachgarten! Verdammt! Die haben mich schon wieder gesehen! Mann! Gleich raste ich hier richtig aus! Ey! Was sind das denn bitte für Festen? Ach du Scheiße! Was glaubst du, wo der herkommt? Noch zu einem slavischer Seite? Endlich! Boah! Ey! Dieser Wecker, der richt mich richtig auf! Warum der auch immer um diese Uhrzeit klingelt! Nein! Ihr sterbt jetzt alle! Mit euch Fixern kein Mitleid! Nix Mitleid! Verdammter Fixer! Noch mehr? Wer will hier Stress mit mir? Ich hab kein Mitleid mit euch Lappen! Scheiße! Nein! Die dürfen nicht einmal auf mich schießen! Huh! Oh! Schon wieder nicht synchronisiert! Das tut er jetzt eigentlich... Eigentlich glaub ich von alleine! Gut! Oh! Einen Bürger retten! Scheiße! Das ist ein Möchelmörder! Warum sprechen? Warum sprechen? Ihr habt nichts zu fürchten, Ifendim! Ich werde euch nicht verraten! Oh! Das hoffe ich doch! Schon stirbst du! Verhielt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung! Ich bin stark, schnell und habe Schlag bei den Damen! Ein guter Anfang! Wie wäre es mit einem Rennen, hm? Ich beweise es euch! Sagen wir bis zu diesem Punkt dort? Der Schüler! Dieser ehrgeizige junge Mann behauptet, er sei ein Assassine! Zeigen sie ihm wahres Können, indem sie ihn bei einem Rennen besiegen! Nun, ich habe wohl einen Moment! Also gut! Los! Ich sagte, ich bin gut! Meine Tante Wunder das sehen könnte! Du bist nicht gut! Jetzt geht's los! Oh! Habt ihr das gesehen? Ja, nee! Leider nicht! Ich bin leider zu gut für dich! Jeder hier wird mich angreifen, wenn er mich sieht! Oh! Er holt auf! Ja, das ist gefährlich! Gefährlich für ihn! Ha! Hakenklinge! Vorteil! Das war so klar, dass ich da wieder vorbei rennen muss! Das könnte ich sogar wegen der Bienensteuerung noch verlieren! Mittag! Mittag! Warum? Ach, fertig! Ihr seid gut, alter Mann! Hey! Aber ihr seid auch nicht untalentiert! Jermann! Wer ist das? Ah, Ella! Komm! Das ist mein neuer Mentor! Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe! Und du hast mir nicht geglaubt! Merhaba, Effendim! Wir schnappen nur frische Luft, Ella! Und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein! Wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt! Bei Sonnenaufgang! Jeden Tag! Am Galaterturm! Verstanden? Äh, Evid! Natürlich Mentor! Versuchte, da anzugeben! Äh! Uh! Äh! Hör mal! Der hat mich angegriffen! Ich hab das Recht, den zu töten! Wenn nicht, ihr könnt mich ja eh nicht aufhalten! Selbst als unschuldige Zuschauer ist man nicht sicher! Ich hab gehört, ihr bewacht jemanden, der sterben muss! Das sind doch Zentimeter! War das jetzt überhaupt richtig, den zu töten? Ah, wie könnt ihr es wagen, das? Das ist Unrecht! Ja, ehrlich? Ist doch Unrecht, mich hier vorne Meuchelmörder, äh, fast eher Meucheln zu lassen! Das ist mir sicher! Als nächstes holen sie mich! Ja! 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 Ganz ruhig! Ehhh! Da ist ein Herold! Ja! Wie bei der Offensive gegen die Arsenal! La la la, äh, lass mal bitte hier so andere Grüße wandeln in den Köpfen der Leute, so, dass die mich in Ruhe lassen! Jaa! Wie soll man denn da oben befehlen?! Nein! Ja! Ah, okay! Nein, ihr könnt die nicht zählen. Nein, ihr dürft nicht wiederkommen. Das war doch einfach. V, V, V. War klar. Ja. So langsam habe ich es. Sieben von 22. Oh, da ist dieser Typ schon. Neueste Nachricht aus dem Westen. Ey, der funktioniert gar nicht. Templer. Templer-Kenntnisse 0. Ihr Templer-Status ist nun wieder geheim. Gut. So soll das hier auch sein. Also, ne? Oh, ich brauche unbedingt eine neue Grafikkarte. Unbedingt. Und ich brauche unbedingt meine 16 GB Arbeitsspeicher. Merke ich langsam. Mein PC kann das nicht mehr. 24.7 laufen, dann aufnehmen. Und alles... ...hat ein neues Gesetz zum Wohle aller verabschiedet. Zum Wohle verabschiedet. Oh, Lampe. Ich kann es nicht mehr sehen. Dabei habe ich es noch nicht so oft aufgenommen. Dieses Lampe-Loot. Noch eine Truhe. Wollte ich mal öffnen und gucken, ob da wieder Lampe-Loot drin ist. Äh, nee. Arabisches Pulver für Bomben. Weil ich will ja keine Bomben benutzen. Weil ich damit nicht zurechtkomme. Nur weil ich das System nicht so ganz check. Aber ist doch egal. Wer braucht schon Bomben? Hm. Ein Daten-Holokron. Warum... Das ist kein Daten-Holokron. Das ist ein Fragment. Boah, ich zocke im Moment zu für diese Old Republic. Daten-Holokron. Scheiße. Ganz langsam. Wie ein Bird of Prey. Da ist er. Das war der Falsche. Hm, ja. Ich musste die Schlange abmurksen, weil sie meiner Frau alles sagen wollte. Aber als sie da so hing, tat sie mir fast leid. Übrigens... Wenn ich mit dazu höre, was die immer labern. Ich seh' ihn nicht mehr. 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 Ja. Er ist in die Feste geflohen. Jetzt darf ich abhauen. Ich hab' keinen Grund hier mehr zu kämpfen. Was ist denn in den Gefahren? What? Wie bitte? Ich hab' dich leider nicht ganz... Hey! Diesen... Oh. Hör mal! Ich hab' euch geholfen! No. Da hab' ich immer Soundlags bei diesem einen Move. Nicht mal euch helfen darf ich. Oh, das ist ja auch kein... Nein! Damit hab' ich nichts zu tun! Weg! Nicht sie weg hier! Hilfe! Verdammt! Ich hab' damit nichts zu besucht! Das war'n Versehen mit dem Zivilisten. Ich verschwinde von hier! Höh! Höh! Vielen Dank.